Moin Leute, was geht ab und willkommen zum neuen Video. Ich bin heute hier in Saarstedt und ich versuche heute an der Draußen Resi ein paar coole Tricks zu machen. Und ich würde sagen, ohne viel zu reden, fangen wir jetzt erstmal an mit dem Video. Ich würde sagen, ich habe mich jetzt eingefahren und ich versuche jetzt mal ein paar bessere Tricks. Und ich glaube, den ersten, den ich machen werde, ist ein Kickliss hier, Kickliss über die Resi-Box. Also der Kickliss hier Kickliss war jetzt recht einfach und ich würde sagen, ich versuche jetzt einen Fingerhub Rewind Kickliss. Also ich habe den Fingerhub Rewind Kickliss jetzt geschafft. Und ich versuche jetzt meinen Droppe-Trick. Ich habe zwar ein bisschen Angst davor, aber ich ran den drinnen relativ gut. Deswegen zeige ich jetzt hier einen Frontlet-Drop. Also es ist echt weh beim Lassen, ich glaube, der wird auch nichts. Aber ich versuche jetzt einen anderen Trick, einen Sun-Triple Kickliss. Ich bin aber direkt nach vorne gefallen. Aber der war schon ziemlich gut und ich glaube, der nächste wird. Oh, ich habe den jetzt endlich geschafft. Ich bin gerade anders happy, weil ich bin heute eigentlich noch gar nicht wirklich gefahren. Und dann jetzt ein Triple Kickliss hier draußen ist schon ziemlich gut. Aber ich würde sagen, mein nächster Trick wird ein Whip-Ran. Ich gehe Kickliss Whip sein. Okay, der nächste Trick wird ein Inward Kickliss hier sein. Und ich habe den bis jetzt nur einmal geschafft. Und ich will den unbedingt nochmal machen. Und ich hoffe, ich schaffe den jetzt. Also der Inward Kickliss wiegt jetzt leider nichts. Der ist auch viel zu schwer. Und es wird auch gleich dunkel, deswegen versuche ich jetzt noch ein paar andere Tricks. Und mein nächster Trick wird sein, wenn ich einen Heal-Rerun-Rerun-Kickliss. Okay, der war zwar ein bisschen eklig, weil irgendwie mag ich das nicht, wenn ich einen Heal-Rerun aus großen Rampen mache. Aber ich habe ihn jetzt geschafft und ich mache noch einen letzten Trick. Der war schon ziemlich close. Ich habe mich auch echt sicher gefühlt beim Landen. Ich dachte, ich könnte rausgehen und weiterfahren. War wohl leider nichts, aber ich würde sagen, auf die zweiten Gäte. Ich habe ihn jetzt geschafft. Das war mein letzter Trick. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.